Wir versorgen hier die Bahn, diverse Restaurante, eine Forschungsstation und viele kleine Abnehmer mit elektrischer Energie. Ohne Strom läuft hier gar nichts, darum brauchen wir eine zuverlässige Schaltanlage. Weil die Anlage hier auf über 3'400 Meter über dem Meer ist, ist es wichtig, dass die Anlage klimaunabhängig eingesetzt werden kann. Gas-insulated, medium-voltage switchgear von Siemens ist komplett reliable und maintenance-free, sogar unter sehr schwierigen klimatischen Regeln. Entscheidend für die Klimaunabhängigkeit von Schaltanlagen ist die konsequente hermetische Kapselung, hier sichergestellt durch das Laserschweißen und den konsequenten Einsatz von Kiesherz-Durchführung. Die Kastresin-Bushings, die wir selbst produzieren, sind auf die Stainless-Steel-Platte, zu den 100.000 Millimeter. Das regnet komplett alle Gas-loss von den Joints. Die Gas-insulation ermöglicht den Einsatz in großen Höhen. Durch die hermetische Kapselung ist die Klimaunabhängigkeit sichergestellt. Und das throughout the entire service life of the switchgear. And there's another benefit. In the manufacturing and operation of our switchgear, Materials and in consequence CO2 usage are reduced to a minimum, thus making a positive contribution to the eco-balance. The modular design of the switchgear panels results in easy installation and is almost 85% space-saving compared with the previously installed switchgear. Die Schaltanlagen von Siemens sind sehr langlebig und können mehrere Jahrzehnte in Betrieb bleiben. Für uns ist das ein sehr wichtiges Kriterium. The result? A reliable power supply, even under very difficult climatic conditions. Das ist das ein sehr wichtiges Kriterium. Das ist das für Chile. Das war die Land der Chile-Frage